Was geht ab Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, EggTube, heute mal mit einem neuen Vlog, am Start mit Ed Thien. Wir sind, ich bin extra für ihn nach Thailand gefahren, um ihn zu packen, den Spaß auf jeden Fall Leute. Ja man, wir suchen hier, wir sind am Strand in Pattaya, gucken was so abgeht und ja man, ich nehme mit Handy auf, weil meine Kamera ist kaputt, deswegen tut mir leid, wenn es ein bisschen wackelt, aber ich versuche das so ein bisschen zu bearbeiten. Auf jeden Fall Leute, wir zeigen euch ein bisschen zu Pattaya, ein bisschen Walkaround und dann sehen wir uns. Nach Walking Street, wir gehen feiern, gucken mal Leute, ich bin das erste Mal hier in Thailand und ich wollte fragen, was ganz kurz, ganz kurz, guck mal hier ist ja alles voller Inden, also die ganze Walking Street besteht aus halb Indien, Spaß, das ist echt die Thailänderin, das ist wirklich geisteskrank, also die Clubs sind auch voll mit Inden, das haben die mir auch gestern gesagt. Und gucken, ob wir einen finden, wo nicht nur Inder dritte sind. Leute, ich habe heute meine Kiss Me Brille wie ein Tour riesig auf Seite, auf jeden Fall Leute, tut mir leid, wegen der Qualität. Ja man, wir gehen danach vielleicht zum World Club Dome, gestern ging nichts los, ich war gestern ein bisschen müde, aber er meinte, es hat dauernd geregnet, da ging nichts ab. Aber ich glaube heute geht gut ab und ich bin hier das erste Mal in Pattaya und ich sage dir ehrlich, das gefällt, ich bin ja halt Mexikaner und ich sage sogar, mir gefällt es mehr als Mexiko, Alter, schwer. Ja, ich glaube Thailand, es gab noch nie so einen geilen Urlaub wie bis jetzt in Thailand, diese vier, fünf Tage, ne? Meinst du? Ich schwöre. Mit Nahen war auch geil, ne? Aber da habe ich vielleicht jetzt noch... Wir müssen uns wegen der Insel fahren noch. Insel, ja. Wirklich. Oder Bangkok. Ja, ja, okay. Bangkok soll sehr groß sein, ne? Hab ich gehört. Bangkok ist aber langweilig bei der Partaya. Partaya ist kleiner, kann das sein? Ja, auf jeden Fall, aber generell gibt es Party, wie das Volker Lager kommt. Ich glaube, Partaya ist auch für die Party statt, ne? Ja, mittlerweile, ja, auf jeden Fall. Ich gehe eher als Bankkirche, ne? Aus Hamburg ist viel zu klein. Okay, okay. Ich glaube, das ist viel besser. Nur das, den Bankkirche hast du nicht das Ding, nur Inder, weißt du? Ja, hier gibt es mir viele Inder, ne? Ich habe nichts gegen Inder, die sind lustig. Ich mag indisches Essen. Echt schon? Aber es ist manchmal vielleicht ein bisschen zu viel. Und ja, man, auf jeden Fall, Leute, ich halte euch auf den Laufenden und bis gleich. Jo, Leute, auf jeden Fall, wir sind jetzt bei Pizza Company. Wir bestellen jetzt was zu essen. Eine Pizza, auch billig, auf Sparmodus. Und ja, man, ich schaue euch einfach mal rum. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Auf jeden Fall, Leute, ich habe jetzt mir was zu essen bestellt, ne? So ein Thai-Shai-Thai-Milk-Tea. Ey, vertrau mir, das ist geil, das ist dann, ne? Das ist so lecker, Alter. So was hat man nicht in Deutschland, ne? Vor allem die Preise hier sind geil. Gib dir das mal, wie das aussieht, wie du unterwerfst. Hattest du mal, ich zeig mal rum. Das kommt auf meinen Teller. Das sieht krass aus. Das sieht krass aus. Obwohl, es schmeckt auch krass. Ja, Mann. Das geht, Leute, das geht. Mir gehört Partei. Jetzt muss ich meine Brau wieder anziehen, Leute. Mir gehört Partei, Leute, ihr wisst Bescheid. Partei ist rechtlich. Partei gehört mir. Partei gehört mir, ab heute gehört Partei mir. Nein, nein, nicht dir, mir. Die Brille für ein, zwei, hundert, hundert Baht, ne? Oder hundert Baht. Hundert Baht ist gar nichts, Alter. Ein Euro für so eine geile Brille, Digga, hast du immer mehr, Alter. Ich schwör für sie. Auf jeden Fall, Leute, peace out. Wir treffen jetzt noch ein paar andere Kollegen. Ja, Mann. Bis gleich. Auf gehts, wir sind patschnass, ne? Vor allem, er ist auch patschnass, ne? Ist auch patschnass, ne? Nee, am Boden, wirklich. Wir sind gerade hier im McDonald's. Er streamt gerade live. Wie, wie, was geht, wof? Was geht? Ja, gut. Und er macht seinen TikTok, okay? Wir sind hier im Urlaub. Bisschen chill, Alter. Und danach, wir gehen raus. Wir gehen ein bisschen Club feiern. Ich bin so kaputt schon, Digga. Ich hab so viel getrunken, Alter. Auf jeden Fall, Leute, wir sehen uns gleich. Bis dann, ciao, ciao, peace out. Ich bin jetzt so, ne? Alter, mega scheiß, boah. Wir gehen jetzt, äh, ich weiß nicht, du? Wir sind so auf die 7-Eleven. Das hat man hier in Deutschland nicht, ne? Das ist so geil. In Thailand gibt es an jeder Ecke an die 7-Eleven. Deswegen, ich genieße diese Zeit. Hier sind jetzt mein dritter Tag in Thailand. Ich hab noch sieben Tage. Das wird, ne, kratsch. Also, ich werden sie jetzt erst mal, äh, 6-Eleven in das Internet hier einloggen. Wir streamen gerade auf TikTok live, Leute. Ihr wisst Bescheid. Jo, was geht so? Wird das bei YouTube oder so? Das wird ein Vlog für YouTube. Hä, stark, stark. Deswegen, schneide es schon mal los an. Schauen wir uns eben bald. Auf jeden Fall, schaut vorbei auf meinem YouTube. Ich werde es auch auf TikTok posten, also, Leute. Keine Sachen, natürlich. Ja, man sieht sich. Bis gleich. Bis gleich. Jo, Leute. Wir sind jetzt Pathaya Beach. Auf jeden Fall. Ihr wisst Bescheid. Mit Pachayas. Ey, Thailand. Was in Thailand bleibt, bleibt in Thailand. Auf jeden Fall, Leute. Heute war ein crazy Tag. Ich komme immer nicht auf mein Leben drauf. Auf jeden Fall, Leute. Wir sehen uns. Bis gleich. Ciao. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.